Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play Alien Isolation. So, irgendwo ist hier der Arsch. Ich hab mich grad wieder eingeloggt. So, wir sind ja letztes Mal hier ganz schnell hingerannt, haben gespeichert. Ich werde mich jetzt ganz schnell verstecken. So. Der Pisser ist hinter uns. So. Karte können wir nämlich aufmachen. So. Wir müssen da hin. Das bedeutet, wir müssen durch die Tür. Finden Sie mal die Schlüsselkarte. Wo soll die sein? Hä? Soll die da sein? Aber da ist doch zu. Oder sind die hier in diesen Räumen? Ich will nicht raus. Mama. Der Pisser ist ja nur am Campen. Hier finde ich mich nicht. Ich rieche nicht. Ich war duschen. Oh Mann. Da ist die Tür aufgegangen. Da ist er. Da ist er. Oh Mann. Was mache ich denn? Jetzt kämmt der Pisser. Also ich habe absolut keine Ahnung, was ich machen soll. Wenn ich rausgebe, bin ich tot. Behauptet, er weiß, wie man nach unten ins Anzeige, brauche dazu aber Ihre Hilfe. Finden Sie Dr. Mollys Schlüsselkarte. Aber die Tür ist doch zu. Das ist doch hier. Da. Tlü, tlü. X bedeutet zu. Da. Gesperrt. Da ist zu. Du kleines Arschloch. Du kleines penetrantes Arsch. Ich bin ein Alien. Ich kämpfe. Ich kämpfe. Ich kämpfe. Sie stehen auf einem Hügel. Hört die Schnauze. Sie sind weit davon entfernt. Können es jedoch deutlich sehen. Sie wissen, Sie können zurückkehren, wenn Sie dies wollen. Wie fühlen Sie sich? Scheiße. Weil hier ein Alien ist. Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir kommen doch hier gar nicht rein. Scheiße. Was für ein fucking Code war das? Mein Zettel ist weg. Ich habe meinen Zettel hier weggenommen. Das war das 0762. Ich habe gerade absolut keine Ahnung, Leute. Ich hatte doch hier so einen schwulen Zettel. Wer hat natürlich bei mir aufgeräumt. Meine liebe Frau. Ich gucke hier gerade so ein paar Zettel nach, Leute. Ich weiß es nicht mehr. Das tut mir gerade so ein paar Zettel aufgeräumt. Ich gucke jetzt hier ganz schnell rein. Wenn ich den jetzt hier nicht finde, dann muss ich die Aufnahmen unterbrechen und gucken, wo ich den habe. Und der ist hier nicht, Leute. Ich sage erst mal, ja, bis gleich. Sorry. So, Leute. Da bin ich wieder. Ich habe es gefunden, besser gesagt. Und 1702 war der Code. Nimm die scheiß Karte. Ich will nicht hier rein, komm. Geh da rein, Baby. Oh. Verpiss dich doch einfach. Okay. Okay. Das Vieh macht mich verrückt. Der ist im Wrennen. Der sitzt da drin. So ein Scheißvieh. Ja, und nochmal Entschuldigung dafür, dass ich den Zettel nicht mehr hatte. Oder ich hatte ihn schon. Aber falsch. Nicht liegend. Sensor ist voll. Wo sind wir denn jetzt? Hier drin. Und wir sollen da weiter hin. Okay, aber wir gucken jetzt erst mal hier. Was können wir uns hier machen? Kaffee? Oh, wäre ja nice, ne? Voll Kaffee-Durst. Okay, wir gehen raus und dann geradeaus durch. Hier hat sich einer eingesoffen. Dr. Molly. Molly. Untersuchen Sie den Raum auf Dr. Mollys Korkang A29, C21 und A26. Schreibe ich mir auf. A29, C21 und A26. Also die A, A, A und C Raum. Upsa. Nein. Untersuchen Sie die Räume auf Dr. Mollys Korkang A29, C21 und A26. Ja. Finde ich sehr toll. Ich habe nicht meine Karte dafür. Ich würde sagen, wir gehen mal hier lang. Okay, können wir noch irgendwas bauen? Ach du Scheiße. Du kleiner Ficker, Alter. Mädchen, ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Alter. Ja, ich gehe dahin, wo ich auch hin muss. Boah, das ist doch ein Arschloch, oder? Der macht mich fertig, Leute. Kämmt der jetzt wieder? Und wenn ich Kuckuck mache, kriege ich einen aus dem Latz? Wo haben wir denn meine nächsten Speicherpunkten? Gar nicht. Da oben. Oh Mann, ey. Die Tür ist aufgegangen. Leute, der kämmt hier vor der Tür. Ne, jetzt ist er weg. Da ist er. Jetzt hat er mich gesehen. Nur du riechst nach Klöpse Königsberger Klöpse Gib's heute zu mir beim Mittag Ich muss mich ablenken Mir geht so der Arsch auf Grundeis hier Oh man Und ich Das ist nicht mehr sugar Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Schick genau vor uns, der Pisser Alter, der stinkt doch, sowas von nach Magie Bitte Jawohl Alter Schwede Leute, ich weiß nicht, wie lang die Folge war Ich hab vorhin ja einen Cut drin gehabt Wenn sie zu kurz war, dann Entschuldigung, ich hab auch keine Uhr an Ich sag auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Einschalten wieder bei Elgin Das ist der Hammer Das ist einfach der Hammer Ich bin klitschnass an den Händen Wirklich klitschnass Das ist Übel Ich sage vielen Dank fürs Einschalten wieder Und schaut mal bei Twitter und Facebook vorbei Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch Bis zum nächsten Mal Tschaui, lowi Tschaui, lowi